ja hallo leute und willkommen zurück zu dead by daylight immer noch tag 1 ja es war bis jetzt sehr frustrierend würde ich mal behaupten und deswegen kam heute auch kommt heute der erste teil und der zweite teil raus von mir damit ihr noch wenigstens etwas mitgekriegt hat wo ich habe wasser gefunden ich baue mir jetzt erstmal eine steinaxt hier das sind ja nur waffen das einzige was passiert ist die zeit ist ein bisschen weiter vergangen vielleicht werde ich auch doch es so machen dass ein video ein tag ist glaube ich besser die fischer liegen ja auch stimmt ja da war ja was es war langsam mal eine hütte finden holz ich um ein holz holz ich um ein holz ich um ein holz jetzt haben wir erstmal ein bisschen holz mir ist es auch gerade voll egal ob ich hier nackt rum renne oder nicht weil mir wäre es voll lieb wenn ich mal ein paar vorken ist da sehen würde finden würde baumwolle kann man auch gebrauchen wollen wir mal gesagt für klamotten aber ich höre für ja ist toll ne leute hier warten wir früh schon mal 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 schluck Idiot Leute Ich habe nichts Also blind laufe ich doch hier gar nicht durch die G, guck doch immer links und rechts Es ist 18 Uhr ich habe nichts keine Hütte gar nichts gefunden Ich höre hier schon was wieder Da immerhin achte Ja Sehr gut Mädel Ich bin verheiratet tut mir leid Ich bin jetzt blind ich habe da irgendwie ein Vogeldest gesehen oder nicht Ja da ist es doch Wo ist die blöde Was jetzt Hallo Hallo Ach Radioaktiv Hm 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 Gut Dann fangen wir wieder bei 0 an Das schlimme ist man wird immer woanders hingesetzt Wenn man stirbt Ich gehe einfach mal Südwesten Ich gehe einfach mal Südwesten Es ist halb acht Keine Hütte Wenn wir hier so eine wanderhorde in der nacht um mit ohren kommt ne ich glaube ich habe die arschkarte Ach Leute was macht ihr nun mit mir Ja Wir nix freunde bleibt da Ach Ich habe mir natürlich nichts straßen führen in städte städte haben häuser häuser bedeuten sicherheit vielleicht auch in meinem da ist eine hütte da ist der hütte leute ich sterbe gleich wieder ja 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 Ai, 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 ai. Gib mir doch mal ein bisschen glück. Oh, oh. Ich friere. Ich friere. schuhe ja aber vorsichtig hier Oh oh, jetzt können die Dinger laufen. Wir werden die Nacht noch zusammen verbringen und dann ist dieses Teil beendet. Die Dinger laufen und die Dinger laufen und die Dinger laufen. Hm? Leute, ich fühle mich nicht wohl. Leute, ich fühle mich nicht wohl. Okay, Leute, wir haben es jetzt 23.30 Uhr. Ich melde mich zurück bei Tag 2 dann. Ich hoffe, es hat bei euch bis jetzt gefallen. Die anfänglichen Startschwierigkeiten tun mir wirklich leid. Und wir sehen uns dann bei Tag 2 wieder. Bis dato. Lasst ein Like da und ein Abo da, wenn es euch gefällt. Und wir sehen uns. Ciao, ciao. Musik 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 Musik